los ist kapitel ein heim türkischer freund wuss 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 nein alter das klemmt hallo süß ach du scheiße alter ja wir gehen mal hier raus das ist nicht geil oh man ich gehe mal hier noch mal rennen da vorne gehe ich nicht hin oh Feuerzeuge Feuerzeuge wären wut wie wut wut oh man ey war da jetzt was nicht cool alter nicht cool dieses Spiel wirklich und der Dreckslicht flackert hier immer noch ey da möchte ich eigentlich nicht hin gehen zeig mal hin Alter oh die Penner die Penner ich ich verhebe mir jetzt Tabletten drin der Grund warum ich gerade geguckt habe die Tür oder unten ist offen gut die Wahl zu da ich nicht hin ich gehe runter die 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 Alter, 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 oh, das ist das, nee, hier ist das nicht, was ist denn das? Hallo? Alter, da steht doch einer, oder? Steht da einer? Ich fahre da sein Auge. Also für mich sieht das aus, als wenn er in der Steht. Alter. Ich weiß nicht, ob man die Gänsehaut sieht, aber, ist krass. Alter. Alter. Oh Gott, oh Gott, was ist denn das für eine Hächel, ey? Wer keucht denn, warum, wer keucht denn hier so? Oh, was, 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 was? Oh, was, was, was? Oh, was, was? Was? Oh, nee, oh, nee, Alter. Ey, wenn ich eins in Horrorfilmen hasse, wenn nicht so ein Stroboskoplicht alles beleuchtet ist oh god ist das denn das? oh god steht da einer? oh oh scheiße oh god oh ah alter oh nee warte moin das Drecklicht fuck you fuck you Visage alter was ist denn das für ein Spiel ey das macht die Schau kaputt eine Kerze? ein Stift? was hat die aufhören lassen? eine Spritze? oh nicht flackern die fuck he und nie alter alter ach du scheiße oh was denn das nein es geht nicht mehr es geht nicht mehr wir sind Feuerzeug und Tabletten bewaffnet alter, warte ein Spiel, danke Benni, danke danke für diesen tollen Tipp alter das ist doch einfach creepy shit wirklich wer macht denn so eine Spiele nee, wer macht so eine Spiele das ist alles rot warum ist alles rot gut oh nein, ich bin wieder in dem Schiss nein nein, bitte sag mir nicht, dass das alles Lichtschalter sind sind jetzt alle Lichtschalter nö 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 ich hab so ja kein Bock dahin zu gehen also ja gehen wirklich, das ist alles fuck nö oh oh fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you alter fuck you wieso 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 Oh ne, ich mach mal auf, falls euch was. Oh ey, heute leidig, wirklich, heute leidig. Da hatte ich noch ein Feuer zu Heck. Heck hat mich wirklich gerade hier erendet, das ist nicht so schön. Ich möchte nicht, ich möchte nicht, guck dir dieses Level an, das ist fürchterlich. Dieser Raum ist einfach nur abartig. Aber da fehlt mir ein. Ich hab ja noch die Kamera. Alter. Alter. Was? Verlust die Scheiße, los komm, mach. Mal lach, Junge. Oh, nee. Es wird gespeichert. Es sieht nicht gut aus. Ich kann nicht zurück. Ich kann nicht zurück, ach du Scheiße. Es ist mir ein bisschen aufregend, das Spiel. Es ist mir aufregend. Okay. YOLO. Oh, links weiß, es passiert da, warte. Ich sehe, komm. Ich sehe, komm. Und wie? Und, 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 und. Oh. Nimm Schub, Junge. Oh. Mach auf. Ach, Mann. Komm mal breit zu. Oh. Ich hab's doch, Jus. Ich hab's doch, Jus. Ich hör's doch schon wie ein Heschen. Ich find's, wie das ich natürlich noch aufmachen kann. Das ist gelähmt. Was machen wir? Was sind die Thüren? Was, 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 was? Ich hab's doch, Jus. Was sind die Thüren? Was ist der Fugel? Oh, ist hier ein Lottmastuna? Oh, ist hier ein? Hallo? Ich dreh mich nicht um. Nee. Dreh mich nicht um. Jetzt 100%ig kommt jetzt in irgendeinem Scheiß-Jumpscare, weil ich mich jetzt umdrehe. Tschüss, wieder da. Oh, ey, sind wir wie jetzt... Oh, Gott, wir sind zurück im Haus. Wirklich beruhigend. Oh, jetzt ist er. Auf gar keinen Fall geht er hin. Auf gar keinen Fall. Ein Schrank. Nichts. Glaubst du wirklich, ich den aufmache? Glaubst du wirklich, ich den aufmache? Und den aufmache? Okay. Ich nehme jetzt wirklich all meinen Mut zusammen und gehe da jetzt hin. Ja, natürlich ist die Dunkelheit so... Ach du Scheiße. Oh, wenn ich schon mit diesen Tierflusser gehöre. Ich... Ach du Scheiße. Ich... Ach du scheiße. Oh, was? Wie? Was? 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 Oh, wieso? Wieso? Wir sind im Haus. Das Bad sah anders aus. Warum sieht das Bad jetzt so aus? Was? Was ist das? Ach du Scheiße! Oh! Oh, Mann! Oh, Mann! Wie ging jetzt so? Jetzt so? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Ach, der Scheiß hier ist schon wieder, ey! Oh, die Penner! Die Penner! Oh, ey! Sind das Fixer! Mann! Wieso machen die so was? Okay! Fotografieren! Findet der Geist nicht gut! Was? 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 Was ist los? Was ist los? Ey! Oh! 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 Hey, Of! Komm nicht her! Komm nicht her! Geh weg! Geh weg! Guck! Ahhh! Könnt ich mir... Könnt ich mir... Folge... Folge enden? Oh! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, Alter... Ey, macht nicht so ne Scheiße hier... Oh! Wie? Wie? Hallo? Hallo? Oh! 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 Wut, wut, wut? Wie? Wo ist er? Hau ab! Also nehmen wir jetzt dieses Brett und legen das da über dieses Aster oder was? Das ist doch scheiße! Das ist doch fucking scheiße! Mann! Oh, Alter! Ist mehr! Ich gehe einfach durch! Ich gehe einfach! Oh Gott! Oh Gott, Alter! Macht doch nie so eine Scheiße! Warum ist denn? Was ist denn nicht für einer? Nee! Ich muss weggehen! Tut mir leid! Warum tut mir so was an? Warum mache ich so was? Warum spiele ich so was? Oh scheiße! Oh die Katze! Und eigentlich nach oben! Hopp! 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 So! Also die letzte Folge war schon, die war schon krass! Aber das ist ja jetzt hier! Mann! Das muss doch nicht sein! Nee! Was ist denn jetzt los? Scheiße! Steht die da! Steht die da! Steht die da in der Wanne? Oh, jetzt sind doch die Haare, oder? Die so wehen von... Bist du das Mädel? Komisch! Ich bin hier auf! Ups! 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 Ich hab jetzt schon jetzt ja nie gehört! Aber warum soll Hölle wird hier gerade Wasser ingelassen? Ich will nicht sparen! Nö! Ich will nicht sparen! Und dann muss ich wirklich ein Bad nehmen! Vielleicht mach ich mir noch ein paar schöne Kerzen an! Und mach mir ein bisschen... Charizetti! Smooth Operator! Naja, wann ist ja fast voll? Mann, Alter! Ja! Jedes verkackte Mal, ey! Scheiße! Kann man nicht noch ein bisschen... Nein! Ich wollte nur die Bade-Zug-Zug-Zug-Zug-Zug-Zug-Zug-Zug-Zug-Zug-Zug-Zug-Zug-Zug-Zug-Zug-Zug-Zug! Dinge, die ich nicht in Horrorspielen machen würde! Mir ein Bad einlassen und baden gehen! Und nun? Und nun? Ich will doch mal ein Scheiß-Alter! Ich will doch mal ein Scheiß-Alter! Eine Badewanne voll Blut! Eine fucking Badewanne voll Blut! Also entweder wir sind jetzt wie ein Badezimmer oder wir sind irgendwo... ...richtig am Arsch! Wir haben immerhin richtig am Arsch! Jetzt das neue Schaumer-Bad Blutwurst! Hmmm... So quicksalig ruhig aus! Was ist denn das für eine Decke? Was sind denn da? Was sind denn da? Unlock the door, please! Lucy? Are you okay? Open the door, now! Lucy! Lucy! What's going on? If you love this Elton Nation, it won't open! Lucy, open that door, now! No! No! I can't do something! Lucy! Open that door, now! Lucy! Move! Move! Oh, wie! Oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh! Musik Alter, echt, ja, der Kiefer von Lucy, der Kiefer von unserer, ist das eigentlich wirklich und sind wir der Vater? Ich weiß es nicht mehr Fortschrittsgängsteint, ab sofort wird er im Fortschrittsraum angezeigt Hat die sich die Kiefer abgerissen Okay, also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage jetzt habe ich das Lucy-Kapitel beendet Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster